Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal TheBearSW. Ich muss wieder mal herhersitzen und zwei, drei Worte verlieren. Wäre eigentlich nicht unbedingt der Plan gewesen, weil ich bin davon überzeugt, dass Face-to-Face-Schulung, also Trainings- und Lehrgänge-Kursen, alle unsere Projekte, die wir machen, doch noch entschieden mehr bringen, als hier, sich selber zu filmen und über YouTube oder Social Media irgendetwas zu verbreiten. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass es notwendig ist. Die letzten paar Wochen haben dazu geführt, dass ich jetzt hier sitze. Und zwar habe ich Sachen beobachtet, die mich zum Nachdenken gestimmt haben, die mich auch zum Teil ein bisschen aufregen, weil mein Beruf als Selbstständiger im Bereich Sicherheit, Training, Selbstverteidigung, Psychologie, Law Enforcement, Kampfsport, er gebe eigentlich ein anderes Bild von der Bevölkerung oder vom Verhalten von vielen Menschen in der Öffentlichkeit, als ich das meinen Klienten weitergeben kann. Es hat zu grösseren Diskussionen geführt, er wird auch oft darauf angesprochen und ich habe mir das selber wieder einmal angeschaut. Ich war in Berne Stadt, ich bin ein bisschen im Bahnhof rumgelaufen, habe mal so eine halbe Stunde Zeit genommen, um Leute zu beobachten. Es sind verschiedene Sachen vorgefallen, die durch die Medien geschlägt sind worden, Schiesserei in der Langstrasse. Es war im Blick. Verschiedene Kunden oder Privatschüler von mir, wo es um das Thema Vergewaltungen gegangen ist, die tatsächlich passiert sind, wo man sexuelle Belästigung erlebt hat, wo Mädchen verfolgt sind worden. All die Leute kommen zu mir, die wollen von mir wissen, ich stehe mir irgendwie zeigen, wie ich nicht mehr in so eine Situation hineinkomme. Ich zeige mir Techniken, was ich machen muss, wie werde ich selbstbewusster. Das alles führt zu diesem Video hier. Für mich ist es recht schwierig, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe in einer anderen Welt oder ich bin der einzige Mensch hier ausser, nebst all diesen Zombies, sorry und aufmerksam durch die Öffentlichkeit zu laufen. Das, was ich euch heute kurz wiedergeben möchte, ist so wie ein Appell an die Bevölkerung und ich bitte euch auch, das Video zu teilen. Mir geht es überhaupt nicht darum, hier auf YouTube gross zu werden. Ihr müsst auch keinen Daumen nach oben geben, ihr müsst meinen Kanal nicht abonnieren, ist alles eigentlich egal. Mir geht es um die Message. Ich habe meinen Job gefunden, ich verdiene mein Geld und YouTube ist für mich eine weitere Möglichkeit, ein paar Leute mehr zu erreichen als die, die mit mir sowieso Projekte machen oder bei mir trainieren oder sich von mir unterrichten lassen. Als ich in Bern war, habe ich, ja, mich kann gut sagen, es war sicher eine eigenartige Person gewesen. Also diese Person hat einem so ein Auffall, hat man sich mal Zeit genommen, um links und rechts zu schauen und nicht immer nur ins Handy rein oder gestresst zum nächsten Termin zu setzen und die Routine über mich walten lassen. Hat man diese Person gesehen, die ich schon eine längere Zeit beobachte und habe dann gemerkt, dass die Person vor dem Bahnhof mit einem Klappmesser herumspielt. Also ein echtes Messer, eine klingelänge, sicher ca. 20 cm und die Person hat das Messer aufgespickt und wieder zu da. Gleichzeitig ist sie eigentlich rumgelaufen, durch Menschenmengen durch den Fussgängerstreifen, wieder zurück, Richtung Bahnhof und die ganze Zeit das Messer spicken lassen. Das ist ein Geräusch, wenn man das gehört, dann müssen wir eigentlich wissen, um was es geht. Ich habe das aus der Distanz ein bisschen beobachtet. Ich habe jetzt durch meine persönliche Einschätzung von der Situation, Gefahrenradar, Gefahrenalyse, Emergency Circle, die ich auch gegründet habe, das wird auch so ein kleines Thema sein von diesem Video, habe ich gewusst und ich habe gemerkt, dass keine Gefahr in dem Sinne jetzt entsteht, ich nichts machen muss und auch nicht alarmiert habe, aber ich habe es beobachtet. Und das Verhalten dieser Person ist nicht das Thema von diesem Video, sondern es geht mir darum, wie dir, liebe Zuschauer, und vielleicht betrifft es nicht alle, und ich pauschalisiere jetzt, weil das, was ich jeden Tag sehe in der Öffentlichkeit mit den Leuten. Niemand hat die Person beobachtet, niemand hat die Person gesehen und niemand hat festgestellt, dass er mit einem echten Messer in der Öffentlichkeit rumspielt. Niemand. Niemand. Es sind Leute in Greifdistanz an ihm vorbei gelaufen, wo die Klinge offen war. Leute sind am Telefonieren, Leute schauen ins Handy, Leute sind mit deinem Kollegen am reden, Leute stressen zum nächsten Termin, zum Bus in die nächste Sitzung. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich der einzige Mensch bin, der lebt. Wo lebt im Hin und Jetzt, wo ein Bestandteil ist von der Situation, wo sein Umfeld im Griff hat, wo schaut, wo schmückt, wo fühlt, wo Emotionen entstehen können. Ich habe gespürt, ich lebe, aber ich habe gemeint, ich bin der Einzige. Wenn Psychologie und Eigensicherheit mein Beruf ist, dann frage ich mich wirklich, was momentan ein Los ist. Das ist ein grosser Teil der Bevölkerung. Wir hatten das Video im Blick, wo einer eine Pistole zieht und in der Langstrasse mehrere Schüsse abgibt. Das Video könnt ihr euch noch anschauen gehen. Das steht auf Facebook, Stefan Wüthrich, der Bär. Ich komme nicht draus. Es tut mir leid, ich komme nicht draus. Ähm, schiesst einen auf der Strasse mit der Pistole auf einen anderen Menschen. Und es gibt jemanden, der das filmt mit deinem Handy, der 10 Meter nebenher steht und das filmt. Was ist falsch mit euch? Okay. Es gibt Leute, die warten für einen Fussgängerstreifen und der Schütze steht 5 Meter nebenher. Der Täter ist auf einer Kreuzung und die Autos halten an. Er hat eine zocknige Waffe in der Hand und ist am Schiessen. Es gibt Leute, die ganz gemütlich davon laufen, nicht weil sie flüchten, sondern weil das die Richtige ist, wo sie laufen wollen. Und wo der Angler schiesst, schauen sie ganz entspannt über die Schulter zurück und laufen weiter weg. Niemand auf diesem Video ist geflüchtet. Es ist weder Panik ausgebrochen, noch hat irgendjemand eine bewusste Entscheidung getroffen, wie ich aus dieser Situation herauskomme. Also, es sind zwei Aspekte, die mir wichtig sind, die dir, geht auf Bern, geht auf Zürich. Nehmt euch mal eine halbe Stunde Zeit und beobachtet die Leute. Nehmt euch nicht im nächsten Termin nachher stressen, sondern schaut mal, wie sich viele Leute auf der Strasse, in der Öffentlichkeit verhalten. Zwei Sachen sind wichtig. Einerseits, wenn ihr sicher leben möchtet. Ihr müsst nicht unbedingt selbstverteidigungen und trainieren zu mir. Natürlich wäre es gut, aber ich weiss, viele Leute haben keine Zeit. Viele Leute sehen den Sinn nicht. Trotzdem schaut ihr euch an, wenn ihr Auto fahrt. Okay. Trotzdem schaut ihr links und rechts, wenn ihr über Fussgängerstreifen läuft. Aber selbstverteidigung und Trainieren oder Kampfsport oder irgendetwas für Fitness machen, haben viele Leute das Gefühl, äh, brauche ich nicht. Wir leben ja in der Schweiz. Trotzdem, du hast dich immer noch angehorten beim Autofahren. Du hast noch nie einen Unfall gehabt. Warum? Selbstschutz. Okay. Ich habe gleich eine Variante für euch. Das heisst, wenn ihr nicht Zeit und Lust habt zum Trainieren, dann könnt ihr vielen Gefahren auswege gehen. Ihr könnt viele Gefahren verhindern, ohne dass ihr trainiert. Aber ihr müsst uns hineinschalten. Ihr müsst bewusst leben. Wenn ihr eine Gefahrensituation, Emergency, wollt verhindern können, müsst ihr die Gefahren so früh wie möglich erkennen, mit Sinnesorganen. Es geht nicht, dass ihr mit dem Handy vor der Nase und mit Kopfhörern auf den Ohren durch die Stadt läuft und das Gefühl habt, ihr seid sicher. Oder ihr könnt in allenfalls jemandem helfen, der eure Hilfe braucht. Wenn ihr euch so bewegt, dann seid ihr ein Zombie in der Gesellschaft. Es tut mir leid für Ausdruck. Ich habe momentan ein bisschen gereizt. Weil, wie gesagt, es ist mein Job. Und ich probiere täglich, das an die Leute herzubringen. Ich werde mehrmals pro Woche buchen. Vor ein paar Tagen war ich im Solothurn am Unterrichten. Am Mittwoch mit mir Schulklassen zu mir von der Wirtschaftsmittelschule. Nächste Woche bin ich wieder unterwegs und unterrichte das KV Bern. Die Lehrer, alle, buchen mir, weil sie genau wollen, dass sie Emergency Circles unterrichten. Dass sie den Leuten zeigen, wie man wieder aufmerksam und bewusst leben kann. Ich trainiere mit ihnen das Konzept. Und wir kommen so stark vorwärts. Ich habe das Gefühl, die Leute verstehen das. Und wenn sie nach den 1,5 Stunden rausgehen, dann sind sie sicherer. Ohne, dass sie jemals Kampfsport oder Selbstverteidigung trainiert haben. Also, die müssen Gefahren genug früh erkennen. Stellt euch vor, was mit euch passiert in einer Emergency. Wenn plötzlich jemand eine Waffe zieht und schiesst. Wenn jemand ein Messer zieht und die Foto von Leuten verletzt. Die vielleicht sogar beteiligt seit dieser Situation. Oder selber angegriffen werden. Die haben keine Kapazität mehr zum Denken. Die sind im Stress. Die erstarrt vielleicht sogar. Ihr müsst euch Zeit verschaffen, dass die Gefahren frühzeitig erkennen können. Das ist moderne Selbstverteidigung. Ihr müsst eure Augen auftun. Ihr müsst in der Situation innen versuchen, die Lage zu beurteilen. Ihr müsst eine Überprüfung von Ist- und Sollzustand machen. Wir haben letztes Wochenende eine Übung gemacht. Wo wir im Bereich Personenschutz, Low Profile. Das Ziel war, dass uns niemand erkennt. Dann sind wir auf einem Parkplatz gefahren. Von einem Schützenhaus. Und auf diesem Parkplatz hatte es ein Auto. Es gab zwei Leute, die dort wahrscheinlich vom Schützenverein waren. Und eins geraucht haben. Und dann kommen die neuen Leute, die sich jetzt in die Thematik einbinden wollen. Die wollen etwas lernen. Die sind am Anfang. Passieren Fehler. Das ist kein Problem. Und wenn ihr dann dort mit zwei Autos voll mit Personenschützer und einem VIP herfahren. Dann acht Leute aussteigen. Und der Parkplatz kontrolliert, ob er safe ist. Und den beobachten wir hier im Kopf links und rechts. Wie ein Türsteher oder wie ein Security. Dann seid ihr nicht Low Profile. Die zwei Zivilisten, die dort waren, haben unsere Leute beobachtet. Und nicht umgekehrt. Es war für jeden klar, dass irgendetwas komisch ist. Ich habe zu denen gesprochen. Und sie haben gesagt, ja hier wahrscheinlich Polizei oder Militärübung. Und dann habe ich ihnen gesagt, was Sache ist. Und Teilnehmer vom Kurs haben extrem viel daraus gelesen. Wir haben das dann nochmal gemacht. Wir haben es zusammen besprochen. Und ich habe ihnen gezeigt, wie man sich der Situation anpasst. Und wenn ihr auf einem Parkplatz seid, von einem Schützenhaus. Dann habt ihr eine bestimmte Erwartung, was hier die normale Situation ist. Also eure Lagerbeurteilung vom Soll-Zustand ist eigentlich klar. Ihr müsst nur einmal euer Hirn aktivieren. Und dann seht ihr, was hier läuft. Und ihr sucht alles, was nicht hierher passt. Und wenn ihr etwas findet, was nicht hierher passt, dann ist auch der Gefahrradar auf orange oder auf rot. Die macht eine Gefahrenalyse, eine Einschätzung der Situation. Dann leitet ihr einen J-D-Treffen und ein Handeln ein. Wenn dort in Bern im Bahnhof unterwegs seid, dann könnt ihr eine Überprüfung vom Soll-Zustand machen. Okay? Dann vergleicht ihr, was ist und sollt den Zustand, ob das übereinstimmt. Wir weiss jemand, wie sich die Leute am Bahnhof verhalten. Und wenn irgendjemand herumläuft, komisch gekleidet und was er komisch verhält, und mit einem Messer herumspült, dann passt das nicht zum Bildbahnhof. Es passt nicht. Aber ihr müsst versuchen herauszufinden, was nicht passt. Ihr müsst eine Lagerbeurteilung machen. Dafür müssen wir nicht 1'000 Franken geben und 10 Mal einen Kurs kommen. Jeder von uns hat ein Hirn, gesunder Menschenverstand. Aber ihr müsst euch eine Chance geben, dass ihr aufmerksam sein könnt. Sonst habt ihr... Ihr überlebt nur mit Glück. Okay? Es gibt ganz viele verschiedene Situationen auf der Welt, wo ihr ein Bestandteil der Situation seid. Bahnhof Bern. Langstrasse Zürich. Okay? Rosengarten Bern. Oder ihr seid in einem Kongress an einer Sitzung oder ihr seid im Kino. Dann habt ihr die Situation Kino. Die macht eine Lagerbeurteilung. Ihr wisst, wie sich die Leute im Kino verhalten. Wenn sich jemand komisch verhält, dann passt es nicht zu der Situation. Es wird Zeit, dass ich von Anfang an reagiere auf diesen Reiz. Wenn ich nichts mache, weil ich es ignoriere, dann ist es falsch. Das macht euch nicht sicherer. Also der Punkt Nummer 1. Ihr müsst mögliche Gefahren so früh wie möglich erkennen. Das gibt euch Zeit, um darauf zu reagieren. Aufmerksam sein. Schaut links, rechts, hoch und runter. Und wenn ihr bewusst leben wollt, stellt euch mal Fragen zu dem, was ihr seht. Und so könnt ihr euer Hirn aktivieren. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie es geht. Und viele Leute wissen nicht, wie es geht. Dann stellt ihr euch Fragen. Ihr beobachtet irgendetwas. Das kann ein Haus sein, in der Altstadt, in Bern. Und dann schaut ihr das Haus an. Währenddessen, dass sie durchlaufen. Das kostet euch auch keine Zeit. Und es ist viel interessanter, so zu leben. Wenn ihr eure Umgebung im Griff habt. Und ihr fragt euch z.B. warum das Fenster offen ist. Und wenn ihr euch fragt, warum das Fenster offen ist, dann habt ihr euer Bewusstsein aktiviert. Weil ihr könnt euch nicht etwas fragen. Und das unbewusst machen. Dann probiert ihr die Frage zu beantworten. Und so werdet ihr wissen, dass das Fenster offen ist. Ob das jetzt relevant ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber ihr habt euer Bewusstsein aktiviert. Dann habt ihr euer Umfeld bewusst wahr. Und ihr seid der aktive Bestandteil der momentanen Situation. Und das ist die Selbsterteidigung. Das ist Sicherheit. Punkt 2. Und das war das Beispiel von der Langstrasse. Hier im Blickvideo. Auch wenn gewisse Leute eine eindeutige Gefahr sehen. Zivilisten auf der Strasse mit der Pistole schiesst. Dann sind sie nicht fähig, das was sie beobachtet haben. Sie können es verarbeiten. Das wären zwei Punkte vom Emergency Circle. Orientierung. Lagerbeurteilung. Gefahrenalyse. Ich komme echt nicht daraus. Ich komme echt nicht daraus. Sie sehen zum Teil, dass einer schiesst. Sie sehen vielleicht sogar, dass einer mit dem Messer herumspielt. Aber sie können es nicht einordnen. Sie können diese beobachtende Situation nicht verarbeiten. Sie können keine Gefahrenalyse machen. Sie bleiben stehen. Mir passiert ja sowieso nichts. Das kann ja nicht sein. Das ist vielleicht eine Polizistin Zivil, die auf einen anderen Zivilisten schiesst. Die Leute stehen dort und schauen sich das an. Aus Distanz von 5 bis 10 Meter neben dem Schütz. Da soll mir mal einer erklären, was hier der Sinn ist von so einem Verhalten. Gut. Also, um was geht? Das ist ein Abbau. An die Bevölkerung. Ihr habt keinen Aufwand. Ihr braucht nicht mehr Zeit in deinem Leben. Ihr müsst auch nicht Geld ausgeben. Ihr müsst nicht an einen Kurs kommen. Ihr müsst gar nichts machen. Ihr müsst nichts machen. Lebt euer Leben so weiter, wie bis jetzt. Aber, glaubt mir, nach 15 Jahren Sicherheitsdienst. Nach, ich weiss nicht, wie viele hunderte von Leuten ich pro Woche unterrichte. Und wie viele Leute ich sehe. In allen Altersklassen. Ihr müsst wieder lernen, Augen aufzutun. Und nicht nur Augen aufzutun, sondern auch gesehen. Gesehen, was läuft. In eurer Umgebung. Damit ihr genug Zeit habt, auf anfällige Gefahren zu reagieren. Ihr müsst Entscheidungen treffen und handeln. Okay? Für jeden ist es verständlich, wenn ich nachher mit den Leuten darüber rede, Hey, wenn jetzt einer in Bern eine Pistole vorne nimmt und von da herum schiessen, was machst du? Flucht ergreifen? Ja. Schau das Video. Niemand hat es gemacht. Wenn du selbst Bestandteil bist von dieser Situation und du bist nicht bereit, dein Mindset ist irgendwo ganz anders. Dann wird es gefährlich für dich. Nur weil du endlich Ferien hast und in die Ferien willst fliegen, heisst es nicht, dass er nicht angegriffen wird. Okay? Wenn du an ein Britney Spears Konzert gehst, auf Berlin, und das Konzert will geniessen und dich monatelang darauf gefreut hast, dann ist dein Mindset wahrscheinlich nicht, Könnte sein, dass heute Amok und Terror passiert. Könnte sein, dass sie heute sexuell belästigt werden. Könnte sein, dass sie heute angriffen werden. Könnte sein, dass heute Panik ausbricht. Das ist es nicht. Du bist im Ferienmodus. Du bist am Geniessen. Du schaust zwei Stunden lang nur auf einen Künstler auf der Bühne. Wenn irgendeiner in diesem Stadion einen anderen Plan hat, als ein Konzert zu geniessen und zückt seine Waffen, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Es wird Zeit, dass dir euer Mindset ein bisschen anpassen wird. Wir leben in der Schweiz. Wir haben Glück. Es ist im Großen und Ganzen friedlich. Ich bekomme auch andere Sachen mit. Bis und mit Vergewaltigung auch im Raum Bern, wo sich Leute bei mir melden, wo wir zusammen trainieren und zusammen reden. Vor allem solche Sachen hier besprechen. Ich möchte euch gar nicht sagen, was zu solchen Situationen führt. Es sind nicht mangelnde Selbstverteidigungstechniken. Es ist hier. Hier oben. Falsches Mindset. Nicht aufmerksames Handy da vorne. Routine. Gut. Ich bin leicht gereizt. Ich weiss, es betrifft nicht alle Leute, die das Video schauen. Ich weiss, dass wir schon sehr, sehr viel erreicht haben mit dem Emergency Circle, mit dieser ganzen Situationsbewusstsein. Aber trotzdem. Bitte. Ähm. Lebt wach. Aufmerksam. Probiert nicht nur zu sehen. Probiert auch zu schauen. Verarbeitet, was ihr schaut. Stellt euch Fragen. Fragen beantwortet. Zwingt euch die Fragen. Zwingt euch den Kopf wieder bewusst zu leben. Nicht unterbewusst. Routine wie ein Zombie durch die Stadt durchlaufen. Kostet euch nichts. Nichts. Nada Geld. Kein Aufwand. Gar nichts. Stresst euch auch nicht. Und das Leben wird schöner. Es hat nur Vorteile. Weit ihr sicherer durchs Leben gehen. Kommen wir dann nicht darum herum. Die Sachen probieren anzuwenden, die ich euch erzähle. Das ist mein Beruf. Das klingt vielleicht ein bisschen arrogant. Aber es sind nebst 15 Jahre Sicherheitsdienst. 10 Jahre Selbstständigung im Bereich Sicherheit. 4 Jahre Psychologiestudium. Die ganzen Erfahrungen, die ich zusammenführen darf. Alle Projekte, die momentan laufen. Wir haben sehr grosse Projekte im Zusammenhang mit dem Thema, das wir jetzt besprochen haben. Die Leute schnell und langsam. Und ich bin täglich unterwegs am Unterrichten. Es ist das, was euch sicher macht. Es ist das, wenn ihr zusätzliches Selbstständiger- und Kampfsporttrainer oder Fitness macht. Tue euch den Rucksack voll. Es ist gut. Und wenn jemand nicht will, kann ich es auch verstehen. Aber ihr müsst euch das Hirn anschalten. Tue das Video teilen. Macht euch Gedanken. Das Ziel ist eine Sensibilisierung. Ich will nur, dass die Leute miteinander anfangen zu reden. Redet über das Thema. Dann tut ihr euch bewusst sein. Erwecken. Und mein Ziel ist erfüllt. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald auf der heutigen Nostermundigen. Tschau zusammen.